Mein Name ist Thorsten, herzlich willkommen bei Rieslinger Leben, Ihre Gastgeber für tolle Weine, leckeres Essen und gute Gastfreundschaft. Gerade letztere kommt in diesen außergewöhnlichen Zeiten verständlicherweise viel zu kurz und trifft lokale Unternehmen besonders hart. Der Duisburger Deckel ist hier eine wertvolle Unterstützung. Er funktioniert genau wie ein Gutschein, den Sie erwerben und später wieder eintauschen können. Gegen guten Wein, leckeres Essen, herzliche Gastfreundschaft. Und denken Sie immer an Goethe. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Auf Ihr Wohl und beste Gesundheit.